Okay, meine Freunde, jetzt geht's ein bisschen ans Eingemachte. Heute geht's um Äquivalenzrelation und alles, was da so rauskommt. Und am Ende kommen wir bei einem Quotientenraum raus, aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Also, was ist erstmal eine Äquivalenzrelation? Jetzt ist wichtig, dass ihr zumindest die letzten beiden Videos gesehen habt, nämlich das zu Reflexivität, Transitivität, Symmetrie und das natürlich zu Relationen, weil darum geht's im Endeffekt. Und ja, eine Äquivalenzrelation ist eigentlich erstmal leicht zu definieren, was irgendwie viele ganz, ganz kompliziert machen. Eine Äquivalenzrelation ist eine ganz normale Relation, die sowohl reflexiv als auch symmetrisch als auch transitiv ist. Also, alle drei auf einmal. Da hatten wir letztes Video schon ein bisschen drüber gesprochen und dieses A-Element A könnt ihr für einen Moment noch ignorieren, das brauchen wir nachher noch. Das heißt, wir brauchen eine Relation, wo jedes Element mit sich selber drin ist, also A,A muss auf jeden Fall immer drin sein. Für alle A's übrigens. Wir brauchen eine Relation, wo gleichzeitig auch noch, wenn 1 und 3 drin ist, dann muss auch 3,1 drin sein. Es darf nicht einfach nur 1,4 drin sein und 4,1 nicht. Und das dritte, die Transitivität, wenn 1,3 und 3,4 drin ist, dann muss auch 1,4 drin sein. Und dadurch, dass Symmetrisches, muss nach 1,3 auch 3,1 drin sein und nach 3,4 muss auch 4,3 drin sein. Und wenn 1,4 drin ist, naja, dann muss auch eben 4,1 drin sein. Ja, das heißt, eine Äquivalenzrelation erfüllt alle drei Eigenschaften. Und wir hatten letztes Video uns zwei Stück schon kurz mal rausgesucht und angesprochen. Die nehmen wir heute auch nochmal als Beispiele. Das heißt, die Relation einmal hier AB für A und B innerhalb der natürlichen Zahlen zum Beispiel, kann auch woanders drin sein. Und für die gilt dann A ist gleich B. Ja, das ist kompliziert ausgedrückt für Gleichheit. Das heißt, wenn, ähm, das ist einfach die Relation von allen gleichen Zahlen. Also 1,1, 2,2, 3,3, 4, und so weiter. Ihr versteht das Spiechen. Ähm, die zweite Relation, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, die war ein bisschen praxisbezogener oder, ähm, mehr im realen Space. Ja, das ist AB und A und B haben dieselben, dieselbe Mutter. Das heißt, A und B sind umgangssprachlich Geschwister oder zumindest Halbgeschwister. Ja, aber, ähm, wir definieren das Ganze so, A und B sind natürlich Menschen und haben dieselbe Mutter. Das ist auch eine reflexive, ähm, Relation, klar. Also wir gehen das mal ganz kurz für beide durch. Wir fangen erstmal mit der Relation hier oben an. AB für A gleich B ist natürlich reflexiv, weil wenn A drin ist, dann ist auch A, A drin. Weil A ist gleich sich selbst. Um genau zu sein, ist nichts anderes drin als A, A. Ja, das heißt, das Ding ist durch und durch reflexiv. Symmetrisch ist es natürlich auch, denn aus A, A folgt auch A, A. Ja, das ist relativ langweilig hier. Und transitiv ist auch, denn aus A, A und, äh, A, weil A mit nichts anderem in Relation steht, folgt natürlich auch A, A. Das heißt, das Ding ist langweilig, ähm, aber es ist trotzdem eine Äquivalenzrelation. Das ist die einfachste Äquivalenzrelation und deswegen kommt auch der Name hier zustande. Äquivalenzrelation, Gleichheit, Äquivalenz heißt quasi Gleichheit, ja. So, heißt aber nicht unbedingt, dass sie exakt nur die Gleichheit haben müssen, wie R2 zeigt. R2 ist eine reflexive Relation, denn A und A, also zweimal dieselbe Person, wird auf jeden Fall dieselbe Mutter haben. Zumindest normalerweise, ähm, das heißt, A und A ist auf jeden Fall in dieser Relation enthalten. Cool. Symmetrisch ist es auch, denn wenn A und B dieselbe Mutter haben, also zum Beispiel du und dein Bruder oder deine Schwester, dann, ähm, hat auch dein Bruder und du dieselbe Mutter. Und, naja, also ihr versteht, man kann die umdrehen. Das ist quasi alles, was man hier schreiben kann. Und transitiv ist auch, wenn du und dein Bruder dieselbe Mutter haben und dein Bruder und deine Schwester haben dieselbe Mutter, dann hast wahrscheinlich auch du und deine Schwester dieselbe Mutter. Ähm, das heißt, das Ding ist auch transitiv, aber nicht langweilig, denn es ist nicht nur die Gleichheit. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Äquivalenzrelationen und, ähm, das, wie gesagt, ist einfach nur, erfüllt alle drei Eigenschaften. Das sind die besonders interessanten Relationen, weil mit denen kann man am meisten machen. Jetzt nehmen wir uns einfach noch dazu, also, ja, wir nennen die Dinger Äquivalenzrelationen. Wow, no shit. Ähm, jetzt nehmen wir uns noch dazu, dass eben ein A aus A sei. Ähm, das ist einfach nur für die folgende Definition, brauchen wir das. Und damit definieren wir uns mal ganz kurz die Äquivalenzklassen. So, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Wir schreiben das ganze Ding, ähm, mit so eckigen Klammern, eckige Klammer A, eckige Klammer zu, wie gesagt, A ist aus A. Und wir definieren das Ganze als eine Menge aus allen Bs innerhalb A, für die A in Relation mit B steht. Das ist kompliziert ausgedrückt, ähm, und meint im Endeffekt alle, die überhaupt nur in Relation mit diesem Element A stehen, ja. Das heißt, ähm, nehmen wir die zweite Relation, weil die erste ist langweilig. Nehmen wir die zweite Relation. Wenn du einen Bruder und eine Schwester hast, ähm, dann ist die Äquivalenzrelation von dir einfach die Menge aus allen deinen Geschwistern. Also, dein Bruder ist da drin, deine Schwester ist da drin, falls du noch andere Geschwister hast, sind die auch alle da drin. Das ist die Äquivalenzklasse von allen Menschen, die dieselbe Mutter haben. Das heißt, ähm, alle Kinder von einer Person sind eben da drin. Und das Kind übrigens selber auch, weil das Ding ist ja reflexiv, ja. Und das heißt, A ist immer in der Äquivalenzklasse drin. Immer, immer, immer. Weil A muss ja mit sich selber in Relation stehen. Es ist ja eine reflexive Relation hier. Aber eben auch alle Geschwistern. Und deswegen ist übrigens die Relation hier oben so langweilig, weil die Äquivalenzklasse ist halt einfach nur das Element selber. Da passiert nicht so sonderlich viel. So, und das Ding nennen wir jetzt eben Äquivalenzklasse. Und wenn es irgendwann mal heißen sollte in eurer Klausur, ähm, nenne die Äquivalenzklasse von bleh. Das sind einfach alle Elemente, die in Relation stehen. Weil durch diese Transitivität, die Symmetrie und die Reflexivität sind die alle irgendwie miteinander verbunden. Und da kann man dann relativ logisch sich herleiten, welche Elemente das sind. Und das ist meistens eine interessante, ähm, interessante Klasse zum Beispiel. So, und naja, jetzt haben wir eine Menge aus zusammengehörigen Elementen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch ein Element mehr hätten, dann ist eine binäre Sache der Fall. Entweder das Ding ist in dieser Äquivalenzklasse drin oder es ist nicht da drin, ja. Wenn wir zwei, also du, der dieses Video gerade sieht, und ich, wenn wir dieselbe Mutter haben, dann sind wir beide in dieser Äquivalenzklasse drin. Aber in diesem Fall eben in keiner anderen. Ähm, und ja, das schließt uns sozusagen in dieser Menge ein. Und aus allen Mengen, aus allen Äquivalenzklassen, das ist ja im Endeffekt nur eine Menge, aus allen Äquivalenzklassen kann ich jetzt auch eine Menge aus Mengen erstellen. Ich packe quasi alle Äquivalenzklassen zusammen und dann baue ich mir den Quotientenraum. Und das ist unsere letzte Definition für heute, die ein bisschen komplexer aussieht, aber gar nicht so schlimm ist. Wir schreiben das einfach als A und dann so ein Slash und dann eben das Relationssymbol. Wie gesagt, hier oben, das ist einfach eine Schlange. Also A-Slash-Schlange definiert als die Menge aus allen Äquivalenzklassen für alle Elemente A-Element A. Ja. Sieht furchtbar aus. Stellt's euch so vor. Wir haben die Menge aller Menschen und die haben alle irgendwie eine Mutter. Das heißt, sie sind alle in irgendeiner Relation, äh, in irgendeiner Äquivalenzklasse drin. Jetzt bauen wir uns einfach alle Äquivalenzklassen. Das heißt im Endeffekt eine Menge von allen Menschen, die Person A als Mutter haben. Eine Menge aus allen Menschen, die Person B als Mutter haben. Eine Menge aus allen Menschen, die Person C als Mutter haben. Und das eben für jede Mutter überhaupt auf der ganzen Welt. Und das machen wir für alle Mütter und packen die alle da rein. Das heißt, hier drin haben wir dann im Endeffekt eine Menge aus Mengen. Und, naja, jede Menge ist im Endeffekt eine andere Mutter. Und so, weil die haben alle dieselbe Mutter. Das ist quasi die Definition von R2. Das ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Aber das ist im Endeffekt eine Zusammenfassung aus allen Äquivalenzklassen. Mehr ist das nicht. Ähm, und das ist der Quotientenraum. So nennen wir den einfach. Gut, jetzt sind wir aus der Äquivalenzrelation hergegangen und haben somit die Äquivalenzklasse gebildet. Das heißt einfach alle Elemente, die irgendwie in Relation miteinander stehen, mit dieser einen Äquivalenzrelation. Wir haben aus allen Äquivalenzklassen auch wieder eine Menge gebaut. Das heißt, eine Menge aus Mengen hier. Und das ist der Quotientenraum. Und wichtig ist jetzt hier allerdings, dieselbe Menge kann mehrere Quotientenräume haben. Natürlich auch mehrere Äquivalenzklassen. Weil sie kann ja auch mehrere Relationen haben. Wir haben jetzt hier die Menge aus A und B haben dieselbe Mutter. Aber wir können zum Beispiel auch sagen, ähm, A und B haben denselben Vater. Das wäre eine andere, vermutlich zumindest, eine, ja, ziemlich sicher, eine andere, ähm, eine andere Relation. Das heißt, die ist anders definiert. Und damit haben wir auch andere Äquivalenzklassen. Und damit haben wir auch andere Quotienten, einen anderen Quotientenraum. Das ist alles durchaus möglich. Okay. Jetzt mal als kleine Übung am Ende dieser wunderschönen, ähm, dieses wunderschönen Videos. Und zwar, überlegt euch mal, wie die Äquivalenzklassen aussehen, wenn wir die obere Relation haben. Genau. Und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.